Naja, geht so. Boah, muss muss. Okay, das war schon mal nicht das schlechteste. Man. Oh. Oh. Das ist deine Chance. Nutze ich auch. Gut. Ja. 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 Das hat dir Zeit gebracht. Ein bisschen. Ha. Ja. 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 Da hättest du nochmal nachsetzen müssen, damit es geklappt hätte. Autsch. Nein! Nein! Ich werd hier nur als Punching Ball benutzt. Nein! Ui! Nein! Ach, da war ich chancenlos. Immerhin standen wir nebeneinander. Tja. Immerhin, ja. Ja. Alter. Ich hab das gesehen. Ja. Ja. Man! Ja. Ey, ihr kleinen Pisser geht mir langsam echt auf den Sack hier, ne? Meine Güte ey, da kommt der Gefühl dann jeden Ball. Oh, Entschuldigung. Ich hab grad nicht mal mehr gesehen wo ich überhaupt hinfahre. Natürlich kommt der da an. Schön. Oder auch nicht. Nein! Ich hab den Poost! Oh Gott! Komm! Ja! Die wär sonst nicht reingegangen. Ne. das war aber auch lucky also scheißegal drin ist drin so der hat gesessen ich glaube ich angepasst eigentlich schon sicher gewonnen und dann was hast du versucht dazu schreiben zweimal versucht basteln zu schreiben und zwar das ist mir neu also das mit dem schüchtern und da ist auch eine jules hallo wir haben jetzt gewonnen ja das heißt jetzt nicht mehr jetzt wird verloren wenn du dir denken kannst was jetzt kommt wahrscheinlich körbe schlimmer schneefrei ja schneefrei kommt schon ganz gut in alter war das